ich helfe euch gerne aus der sultan erlaubt euch diese gebäude zu errichten ja das hast du schon was öfters gesagt einer ihrer betriebe stellt keine waren mehr her arbeitszeit hat soll mit so meinetwegen ja perfekt was ist hier los Mosaik wir wollen Kirche bauen Toschers fröhlicher wo steht die letzte Kirche haben wir auch schon eine Kirche? Nee, eben nicht hier wollte ich dann machen wir das nämlich jetzt auch Zack Schick und dann tun wir hier wie weit reicht es so ungefähr dann tun wir hier so die nächste Kirche hin so und jetzt ruckelt schon wieder komischerweise was geht ab Hilfe jetzt mal gucken was Fripp sagt 9 FPS ja dann stoppe ich kurz die Aufnahme und guck mal wie sich das verhält 16 FPS das wird besser bis gleich wenn es dann wieder besser nein es funktioniert immer noch nicht ah jetzt speichert was jetzt passiert ah schaffst du es okay ich lasse vielleicht kurz speichern und währenddessen nehme ich nicht auf bis gleich so warum geht das denn nicht ach mein Gott jetzt mache ich mich schwach das ist auch beim letzten Mal schon passiert komm schon 2 FPS was ist das denn hier das ist doch echt nicht schön äh äh na vielleicht halte ich jetzt wirklich erstmal an mit aufnehmen ich habe aber wirklich nicht lange aufgenommen eigentlich keine Ahnung na doch 40 FPS oh es geht ja es geht wieder okay hat sich gefangen oder ja einigermaßen besser als gar nichts ein bisschen das so so gut oder nicht naja äh Milchproduktion läuft immer noch nicht so prickelnd hab ich gehört treten wird ab unser beider Welten rücken immer näher zusammen der Sultan sandte mich an diesen okay äh so so und so so das ist einer zu wenig so muss es aussehen ne ich glaube schon okay ähm oh jetzt scheint auch noch die Sonne in mein Zimmer rein äh das das war schon eine scheiß Aktion ja jetzt 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 geht es hier schon wieder los ach was ist das denn hier äh äh ja es tut mir jetzt echt leid ne aber ich versuche hier halt ein bisschen was aufzunehmen aber mein liebes Anno lässt mich nicht 7 FPS Moment ich äh ich äh stopp und starte die Aufnahme nochmal neu so wieder da jetzt hat es wieder 50 FPS mal sehen wie lange das bleibt hoffen wir mal was länger und dann brauche ich eine neue da hin oder auch keine Ahnung was ausspricht so zack und noch mehr Milch brauchen ne natürlich Milch wird immer gebraucht ja äh was wir auch mal was auch so nein so so wunderbar zack das ist jetzt hier also Handels klar ja Prozent so sich zweiter da ich möchte ich nicht fressen es geht ein Handelszentrum muss her nicht spalten ja Sommer also ich dachte ich dachte es stürzt schon wieder weil es ist ja noch nicht wo ich habe gestürzt ich weiß ja noch nicht wo es war wirklich äh warum kann man hier hin und dann führen wir die Straße weiter wunderschön mehr Milch das ist wahrscheinlich wieder scheiße hier meine Fresse äh so ok ja so zuerst bereichen Milch ne Gebürze werden auch anständig produziert glaub ich hoffentlich ja ok dann kommst du jetzt hier das Spiel und da machen wir direkt eine neue also ich dachte ich dachte es ist schon wieder schon wieder losgegangen was wird denn hier hin und her geliefert äh äh gut erstellen ähm Curry Wurst so hahaha ähm machen wir einen auf den hier und einen auf den hier dann laden wir hier aus den Curry laden hier ein den Curry ok ok also eine Produktion kommt zum erliegen ja weine nicht ach vielleicht hab ich das ein bisschen falsch rum äh das ist auch bescheuert ja lad doch hier wenigstens was ein Mensch das ist echt also einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her also einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her äh das Geld könnten wir schon gut vertragen dann heißt es wir sind einfache Waren und brauchen nicht viel äh ok gutes altes jetzt steht ja so ein scheißgefühl äh da ist er sie haben die gesuchte Person gefunden juhu dann haben wir gleich so ein Schiffchen da dann nehmen wir gleich den Dödel mit und reisen nach äh wo ist es da oben wir können ja mal gucken wie weit die anderen Leute jetzt schon sind süße kleine Siedlungen mit billigen Wegen nicht gerade schön doch finde ich das hier doch schon deutlicher Dretter ok ähm was hast du hier Seewegel gar nichts anscheinend ähm ja es ist es gestattet euch ein Anliegen vorzutragen es ist es gestattet euch ein Anliegen vorzutragen äh äh erst mal würde ich euch gerne reparieren was seiten hier sei der Reihe ihr müsst euch doch vor mir nicht recht fertig oh äh äh hä was ist denn das hier so ne Seilerei ha nicht genügend Baumaterial ach scheiße gut dann produziert halt wieder meine Kinder Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her ja ja wir machen nur die die hinteren drei was denn Fischer wieder die ist mir doch eh egal jetzt warten wir kurz bis Holz da ist das ja anscheinend Ewigkeiten dauert in diesem Spiel meine Mitschwestern fragen sich schon ob ihr den Auftrag erledigt habt ach Moment wir sind doch fast da mal los ja Gott belohnt die Tüchtigen ja das rechne ich euch hoch an ja ich bin super ich weiß okay oh mein jetzt machen wir Fälles Plus warum auch immer sind meine Leute glücklich oder wat ich würde jetzt hier gerne so ne Seilerei bauen oder nicht so komm na lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen kurz bei so okay wahrscheinlich Seile brauchen wir Seile grad gar nicht oder? keine Ahnung lass ein paar Münzen sprengen dann geschieht dir nichts ja ist hier gut bitte vergewaltige mich nicht äh was? nein das hab ich grad nicht gesagt ähm achso das ist weil wir jetzt hier Gemüse und was weiß ich da haben äh hier ähm äh na sag schnell äh die äh Moment äh Gewürze das ist das Wort was ich suchte wie es ist nicht Aufstiegsbereich ich hab wer halbe es geht doch ja die werden dann schon Klamotten produziert oder nicht? die werden dann schon Klamotten produziert oder nicht? die werden dann schon Klamotten produziert oder sagen wie viele Klamotten läuft doch nicht so wie ich mir das vorstelle hier so haben wir Zamba dann müssen wir nochmal nachbessern glaub ich äh wo ist denn achso hier direkt vor meiner Nase ich kräfe den den shit dann auch mal ab drei Holz werden benötigt äh einige Patrizien eurer Siedlung mangelt es an nichts verarmenhaft jetzt hätte ich gerne Holzmensch ihr habt eure Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis gestellt hallo so zack ok darf ich mir deine Siedlung zum Vorbild ja der Sultan wäre erfreut würdet ihr mir diesen Dienst erweisen wo soll ich den Bier herkriegen ach du jetzt wird's hart jetzt wird's langsamer hart wie sieht's denn oh Mensch oh ja oh Gott was brauchen die denn alles ne Kirche ach so schande diese Baupläne könnten euch nützen ja das könnten sie äh können uns ja erstmal um Wollt ihr einen gut gemeinten Ratschlag annehmen? äh äh ach wirklich äh so haben wir hier noch Platz für irgendeine Produktion ok erstmal brauchen wir vielleicht eine Insel auf der sowas wächst nicht vielleicht machen wir das jetzt so unserer zu unserer Dingsinsel dieses Schiff wird bald in eurem Hafen vor Anker gehen inshallah inshallah da du fährst jetzt hier hin ne schaffen wir das schickt uns nicht weg wir erfüllen uns die Stadttore vergesse ich euch nie ja ich weiß dass ich nett bin jetzt jetzt sperren wir erstmal wieder sonst überlebe ich das hier nicht mit den Aufstiegsrechten 1 190 ich habe 2 wo ist unser Schiffchen es scheitert 60.000 Schiffe zu einem Guiters Geschäft ja so nein ja